Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Garde 3. Es geht weiter, wir sind im Wirm-Gefängnis und wir müssen jetzt in die Festung nach oben gehen und dann dort auch wieder die Krönung beiwohnen von den guten Fürst Gordage. Da kommen wir nicht drum herum, wir können hier ehrlich gesagt noch Gornix erst mal machen wegen den Steel Watches. Das heißt, hier müssen wir erst mal mitspielen. Die hier klatsche ich auch noch weg. Also wenn der Grid reinzwiebelt, Alter, dann gibt es aber auch wirklich keine Bomben. Das tut dann richtig weh. Aber richtig. Herr Gordage hat ihn erwartet. Herr Gordage hat ihn erwartet. Bitte halten Sie einen Moment. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison-bearer, slayer of the dread, General Ketherick Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. It was a pleasure to meet you, we can go from face to face to face. Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. We went through all that trouble to get inside, and now Gortash invites us to... We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. I spoke to a witness who says you entered the house before... You've been seeing that for ages, and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient. Ja, im Moment müssen wir hier erstmal nichts snacken. Also klauen oder sowas, weil später werden wir hier eh noch fighten, und dann können wir das Zeug auch mitnehmen. The fortress is a lurker's paradise. Would you not prefer basking in the sun, like a lizard, now that it no longer blisters your pretty skin? What habits die hard, darling? Surely you know that. Gibt's aber wieder so viel Zeug zum Snicken, oder? So, we'll be right back. Das wäre quasi die andere Seite gewesen, wo wir hätte reinkommen können. Da wäre man dann hier so außenrum unter die Brücke quasi nach links dann gegangen. Na warte, das ist immer noch die rechte Seite. Das wäre noch ein weiterer Weg hier gewesen. Aber das war jetzt nicht das, was ich meinte, das ist auf der anderen Seite hier. Just out of view. Okay. Okay. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch. Aggressive action will not be tolerated in the presence of the Patriarchs of this proud city. Verstehe. Ich würde ganz brav sein. The Steel Watch. Appreciate your cooperation, citizen. Dearest Patriarchs, but a moment. I must greet a most honored guest. My friend, forgive the cold welcome. My Steel Watchers are eager watchdogs. For the good of the people, I'm sure you understand. Lord Enver Gortash at your service. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The Quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. A prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Welche Art von Verständnis schlagt dir vor? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Cetheric gone, Orrin proved treacherous. Baal's chosen wants the netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. She'll be kind of three, yeah. You've met her assassins. Efficient killers by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orrin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orrin obtains all three netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorched earth. Hm, es ist viel nötig, damit ich euch vertraue. I'd like to propose a pact. A divine oath, sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorn's stone is yours to keep. When you slay Orrin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. He wants what we want. Orrin dead and the elder brain subjugated. An alliance would serve us well. Und tief erkennen, Gortesh's Körpersprache und ausdrucksweise untersuchen, kannst du im Traum. Den Höllen mit eurem Pakt. Ja gut, wir können jetzt halt im Pakt natürlich schwören. Ich schwöre ja meinen feierlichen Eid. Aber wie der Imperator schon sagte, müssen wir uns hier dann letztendlich auch nicht dran halten, falls wir irgendwie uns anders entscheiden. Und ganz ehrlich, Gordage ist jetzt auch nicht ein Mann von Ehre. Sagen wir mal ganz ehrlich. Aber wir spielen das mal mit. Nun gut, ich schwöre meinen feierlichen Eid. Ich werde Orin besiegen und dann werden wir Verbündete sein. A Faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A Shave Shifter? It could be anyone. I mean, it's not me, but... It could be anyone else. The Faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly. Or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Wie soll ich Orin finden, wenn sie ihre Gestalt so leicht verändern kann? Even Horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is. Where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers. When she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Ihr Orin Katharik, das Gehirn, was war euer Plan? First, Orin the Red, bloody Dagger of Baal, causes Panic in the streets, through killings in the Absolutes name. Next, the threat of the Absolutes monstrous armies, formed by Merkel's General, Katharik Thorne. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. All out of fear of the Absolute. Next, I, we, will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their Absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Und so beginnt unsere Tyrannei. Our Tyrannei. And we are Saviour. Defender of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Wo in allen neuen Höllen habt ihr so ein mächtiges Artefakt wie die Krone gefunden? Powerful Connections. Let's leave it at that. Sehr clever. More importantly, just. Now, come. Be witness. As I make history. As the first Archduke of Baldur's Gate. Das würde ich nie verpassen wollen. Then we proceed. The Patriarchs await. Distinguished Dukes, Patriarchs, Dearest Raven Guard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, Swearest thou by Baldurin's Blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same by word, deed, and decree so that none may suffer? I swear. Gathered guests. Grant ye consent. Enver Gortash. The Council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty handed. Das werden wir nicht. Schatten hat es inspiriert. Handschlag mit Bane. Aber wir jetzt verbündet haben uns mit ihm, ne? Einem Bündnis mit Gortash zustimmen. Wчес Buddha. What? Every Duke's just the same as the last, sticking up for each other at the skytime around us. You're not being paid to like it. Das habe ich mir auch gerade gedacht, der klaut einfach was da. Prima Idee, die können sich gleich um euch kümmern, wachen, aufstehen. Den Verstand der Faust der Gründen. Punktgenau. Sie davon überzeugen, dass du hierher gehörst. Warum hat der jetzt einfach den Dialog abgebrochen? Ich bin wegen einer Routineinspektion hier. Eure Vorgesetzte werden sicher mit Interesse vernehmen, dass ihr versucht habt, mir den Zugang zu verweigern. Oh mein Gott. Das haben wir verkackt. Das haben wir komplett verkackt. Scheiße, Digga. 18.03 Uhr, das hat gerade eben was gesaved, ne? Ne. Das war vor der Grönung hier das Safe. Naja, muss ich... Muss ich das jetzt nochmal machen? Ne, ich will nicht. Greife ich nicht einfach ran. Glück haben, kriegen die da draußen nix mit. Deine sogar gelähmt, sehr gut. Höhe hee. Große. Geh es zuz. Sag ja. Vielen Dank. Nichts will stand in my way. Ach. Ach. Schöne. Ach. 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 Die ist gelähmt und kann ausweichen. Jetzt ist sie nicht mehr gelähmt. The fuck, alter. Der hat eine Geschicklichkeit von 21, kein Wunder. Dass sie so gut ausweichen kann. Soll man um einer sagen, dass wir hier keinen Zutritt haben? Let's crack it open. Ich bin drauf geschissen, ganz ehrlich. Ich schlag die Dinger einfach auf. Gutes. 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 Was ist das? 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 Wer seid ihr? Was ist das? 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 ? Was ist das? 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 Es muss das? Was ist 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 das? Das ist das? Was ist das? Was nicht das? Die Vizepräsible sind, hier! Es ist nur die Gerflotte. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Oh ja. Das Klöchen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Ich bin froh. 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 Ja, willst du mich verarschen? Es sieht im Moment nicht gut aus. Ja. 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 Moment, kann ich echt nichts machen. Die Verstümmelung hat uns komplett hops genommen. Natürlich wird sie nicht getroffen, Digga. Alles klar. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich mich verdrückt. Digga. Oh Gott. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich kann der bis hier hoch schlagen, alles klar Digga, wie lächerlich ist das? Du Bastard Kriegst Schläge, Alter Alter, habt ihr gesessen? Au, 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 au Das trifft aber auch nichts, ne? 35 Schaden? Schaden?